Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr länger Teil des Problems sein, sondern ich möchte Teil der Lösung sein. Wir konsumieren zu viel. Wir besitzen mehr, als wir eigentlich brauchen. There are almost as many smartphones on the world as there are people at the moment. You can have that vision of less consumption. But the problem is that you have to do that from a position of being part of a system that works in an old way. Im Augenblick tun wir so, als hätten wir zwei Planeten. Dem müssen wir etwas entgegenstellen, Modelle, die wieder Resonanz ermöglichen. If companies would actually be able to have social and environmental values the same level as financial values, that would have a really big impact on the world. Kooperation war das evolutionäre Erfolgsticket des Menschen. 10% de salariés qui sont issus des cooperatives en France. Est-ce que ça peut prendre l'ampleur? Oui, je pense. We all have to make things together. That's why you see now there are women and men. What do you call gender balance? Gender balance. Every product in here are all locally produced, seasonal and it's all organic. Der faire Preis, der kommt meistens nicht zustande, wenn die verarbeitende Industrie nur auf den eigenen Vorteil schaut. Lässt sich sowas auch auf Europa übertragen? Hier wird ersetzt vom Gedanken des Teilhens. Mit so einer Beziehung, da könnte noch wirklich eine andere Welt rauskommen. Und von derPower übertragen werden. Die Hoisse. Aber ounces zu spät. Und von der Pauli und 2004. Und von der Abwechalen. Entfernung ist auf dem Genet.